Es ist eine drängende Frage unserer Zeit. Wie gehen wir als Kirche in die Zukunft? Wie wird sich Kirche verändern? Sicher ist, durch den demografischen Wandel werden wir weniger werden. Wir werden älter werden. Wir werden aber auch deswegen weniger werden und sind es schon geworden, weil so viele die Entscheidung getroffen haben, durch einen Kirchenaustritt ihre Beziehung zur Kirche neu zu definieren, auf Distanz zu gehen. Die Zahlen dazu sind bedrückend und hinter diesen Zahlen steckt auch immer die Entscheidung einer jeden einzelnen Person. Vor dieser Entscheidung habe ich Respekt. Ich achte diese Freiheit und ich weiß, um das schwere Ringen vieler Menschen diesen Schritt zu gehen. Aus den Gesprächen in Gemeinden spüre ich, dass die wenigsten eine solche Entscheidung leichtfertig oder gleichgültig fällen und dass sie für viele schwer wiegt. Wie wollen wir damit umgehen? Wie können wir offen in den Dialog gehen mit Menschen, die an ihrer Kirche zweifeln? Wie können wir die Freude am Evangelium neu wecken? Und wie können wir helfen, dass Menschen eine neue, eine veränderte Beziehung zu ihrer Kirche aufbauen können? Da ist viel Fachkompetenz gefragt und noch viel mehr Einfühlungsvermögen. Und natürlich braucht es auch Ideen, Erfahrungen, Anregungen, gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie wir Menschen in dieser Situation erreichen, unterstützen und begleiten können. Daher danke ich dem Bonifatiuswerk und allen beteiligten Autorinnen und Autoren für eine neue Arbeitshilfe mit dem Titel Drinnen, Draußen, Nirgendwo. Sie behandelt die pastoralen Fragen rund um den Kirchenaustritt und kann Ihnen eine gute Unterstützung sein für die Begegnung und den Austausch mit allen, die mit dem Für und Witter Ihrer Kirchenmitgliedschaft drängen. In der Arbeitshilfe finden Sie umfangreiches Informationsmaterial und Hintergrundwissen. Dazu unterschiedliche Praxisbeispiele, Erfahrungen rund um den Umgang mit Kirchenaustritt. Blättern Sie darin, schauen Sie, ob Ihnen diese Arbeitshilfe im Gespräch und in der Begegnung vor Ort mit den Menschen helfen kann. Lassen Sie sich für Ihre eigene Arbeit inspirieren und ermutigen. Ich bin überzeugt, es hilft vielen, über dieses Thema gut ins Gespräch und gut ans Arbeiten zu kommen.